Wann sind Sie denn heute aufgestanden, um als erster da zu sein? Ich bin um sieben Uhr aufgestanden, nicht um als erster da zu sein. Ich habe gedacht, hier ist eine Riesenschlange, darum bin ich relativ früh gekommen. Haben Sie sich schon lange darauf gefreut, dass die Buga endlich eröffnet? Ich habe mich darauf gefreut, weil mein Sohn mit seiner Kollegin hier beim Landschaftsgärtner Cup heute mitmacht.